so ich bin an sie für drei für euch und mit euch und das hier wird das vorletzte video von unserer baureise hier werden weil seht ihr gleich wir sind fast in der fertigstellungen und ich zeige euch einfach mal wo wir mit dem stehenden so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Blick auf den Pool, auf die Berge hinten, bis rüber nach Alanya und dem Burgberg. Es ist auch wunderbar ruhig hier oben. Das ist der Innenraum, der seht ihr von der Küche, die vorbereitet ist, der gesamte Torpus. Die Fenster sind eingebaut, alle mittlerweile. Und wir können leider noch nicht hoch in die obere Etage. Hier seht ihr eines von den unteren Schlafzimmern und die schöne Beckenverkleidung. Also wir können nicht hoch, weil gerade die Treppe geschweißt wird. Das seht ihr vielleicht gleich ein bisschen im Hintergrund. Ich versuche die Handwerker so wenig wie möglich zu belästigen, aber da wird gerade die Treppe gemacht. Das ist das große untere Bad dieser Wohnung. Und im oberen Bereich haben wir dann nochmal zwei Bäder, ach nicht zwei Bäder, ein Bad haben wir nochmal oben. Und zwei Schlafzimmer und zwei große Balkone. Einer hinten Richtung Berge ausgerichtet und der andere nach vorn Richtung Meer. So, ich hoffe, dieser kleine Rundgang, dieses kurze Video von C4 3 hat euch gefallen. Es wird noch einen letzten Teil geben. Dann, wenn die gesamte Anlage fertig ist, ihr dürft also neugierig und weiter gespannt sein. Und wenn euch unsere Videos gefallen, bitte abonniert uns und gebt uns ein Like. Macht's gut, eure Claudia Aida. Bye, bye.